Ey, yo! Bist du Rapper geworden, oder was? Oh mein Gott, wieso sagt der? Ey, yo! Oh mein Gott, der ist so ein Idiot! Was sollen diese Stimmen in der letzten Zeit? Das nervt! Ich heiße euch herzlich willkommen zu Shakes & Fidget im Jahre 2022! Und Leute, als allererstes... Dieser Applaus ist für euch! Denn wie ihr wisst, habe ich in diesem Spiel nur eine einzige Mission! Ich möchte auf meiner Welt... ...deutsche Welt 42! Ihr könnt der Gilde einfach beitreten, indem ihr auf Post drückt, neue Nachricht an, Sniley Sniles! Du bist so Sohn! Warte, wo war ich nochmal stehen geblieben? Ach ja, 2022 ist unser Jahr! Unsere Gilde ist aufgestiegen! Wir sind Platz 25 auf dem Server! Natürlich, es ist noch ein weiter Weg bis Platz 1! Aber dann gehört diese Welt uns! Übrigens ist mein Charakter, der genauso Sohn ist wie ich... ...inzwischen Level 392! Danke! Und wir gucken mal, was wir heute zu tun haben! Dieses Wochenende lohnt es sich mal etwas genauer hinzusehen! Und nicht immer blind links ins Verderben zu rennen! Und das kannst du ja später immer noch machen! Das habe ich noch nie gemacht! Jede Schlacht, in die wir gezogen sind in Shakes & Fidget... ...war siegreich! Und das weiß der Gastwirt! Der ist nur neidisch auf uns! Irgendwann treffe ich den Synchronsprecher! Irgendwann! Ich dachte, heute gucken wir uns mal unseren Dungeon-Fortschritt an... Aber ich wollte heute auch mal mehr auf unsere Items eingehen! Weil Shakes & Fidget ist ja ein Spiel, was lustig gehalten ist! Dementsprechend haben die Items auch lustige Namen und lustige Captions! Und wir haben das einfach nicht gepreciatet! Meine Kopfrüstung! Der Hirnsimulator! Seine geübte Zunge beschleunigt jeglichen Denkprozess! Soll das heißen, dass ich kein Hirn hab oder was? Icarus' Flügel! Von Experten gebaut und nur einmal zum Probeflug genutzt! Schade, ich kenn die Geschichte von Icarus gar nicht! Also ich weiß, dass er mit seinem Vater, der Pepepa, in der griechischen Mythologie irgendwie gefangen genommen wurde! Und der einzige Fluchtweg von ihm war, zu fliegen! Mehr weiß ich auch nicht! Bildungsauftrag mit Stiley und so! Dämon schlechte Handschuhe! Auch geeignet zum Streicheln von Ponys! Das tun wir nicht bei uns in der Gilder! Keine Ponys! Drachenschreiter des Dickies! Der einzige mit eingebauten Zweiknack-Schalldämpfer! Oh, das heißt, wenn wir im Wald auf Zweige treten, ist das nicht so laut! Mordinstrument des Gitarrenhelden! Der Lautstärkeknopf am Verstärker geht bis 11! Also töten wir Leute mit unserer Lautstärke? Wahnsinn! Das verbotene Buch! FSK ab Stufe 18! Ich will wissen, was da drin ist! Vergifteter Dornring der Abhärtung! Was dich nicht tötet, macht dich härter! Der ist vergiftet und sticht mir die ganze Zeit in den Finger! Das soll mich härter machen? Das bringt mich um, yo! Buschpirschergürtel des Buschpirschers! Alter, das ist ja ein Zungenbrecher! Ideal, um er dritt durch den Busch zu pi... Blinkende Lichterkette des Schicksals! Ja! Ist denn heute schon Weihnachten, ne? Ne, Weihnachten war gerade! Jetzt sind wir wenigstens auch einmal auf unsere Items eingegangen! Wir gucken unseren Dungeon-Fortschritt an! Und es gibt noch einige Dungeons, wo wir nicht mal die erste Etage besiegt haben! Die Taverne des dunklen Doppelgängers! Aus alten Freunden werden neue... Ich hoffe nicht! Die Taverne des dunklen Doppelgängers! Tanzender Pilz! Er guckt recht angefress! Aus jeder Schlacht gehen wir siegreich raus! Aber ich glaube, gegen den haben wir echt gar keine Chance! Okay, dafür fehlt uns noch ein bisschen was! Olymp! Kann man das noch Gesang nennen? Oder ist das schon Körperverletzung? Wir haben auch keine Chance! Oh mein Gott, die Dungeons werden zu schwer! Wir müssen uns erstmal ein bisschen aufleveln! Wir können gerne jede einzelne einmal probieren, ob wir vielleicht mal wenigstens eine Etage schaffen, ne? Weil das würde uns, glaube ich, den Stufenaufstieg auf Level 393 garantieren! Hurry Dore! Oh mein Gott, den können wir besiegen, oder? Komm schon! Nur noch ein bisschen! Oh mein Gott, ich habe ihn bes... Nein! Aber wir haben ein Item bekommen! Hemori Dore! Okay! Schmeinschmatz! Vielleicht besiegen wir ihn direkt! Okay, ich glaube nicht hier... Obwohl, warte mal! Das könnte knapp werden! Wir brauchen nur Glück! Gehen wir kurz in die Unterwelt! Wir kämpfen einmal am Tag gegen das Dämonenportal! Natürlich verlieren wir da! Oh mein Gott! Level 393! Sieben Level noch bis Level 400! Wer kriegt das hin? Wir gucken uns mittlerweile unsere Festung an! Wir haben viele Materialien! Und ich möchte allgemein mal gucken, ob wir noch irgendwas upgraden können! Oder ob wir überall die maximale Stufe inzwischen erreicht haben! Ich glaube, wir haben eine fast ausgebaute... Nein! Die Edelsteinmine geht noch ein bisschen weiter! Und dann sollten wir es eigentlich haben! Aber ich habe zu wenig Ressourcen! Mir fehlen ein paar Steine! Kann ich vielleicht irgendwelche anderen Spieler ausrauben? Bra! Der hat gar nichts! Aber so sieht das Spiel ungefähr aus, wenn man ein bisschen weiter ist! Ich möchte Leute, die neu in dem Spiel sind, jetzt nicht überfordern! Im Großteil geht es darum, einen Charakter zu erstellen! In die Taverne zu gehen! Und Aufträge anzunehmen von zufälligen Auftragsgebern, die immer wieder da sind! Plus es gibt einen Geheimauftrag am Tag und der steckt hier oben dran! Psst! Niemanden verraten! Dreimal ein Held in der Unterwelt besiegt! Okay! Das tun wir doch gleich! Ähm... Dafür gehen wir in die Festung! Unterwelt! Und wir locken einen Helden an! Wie geht's denn? Du kriegst doch sowieso aufs Maul! Nummer 2! Und... Nummer 3! Es tut mir leid! Das war's eigentlich schon, ne? Jetzt haben wir die Mission erfüllt! Gewinn abholen! Paar Erfahrungspunkte! Alter, wir sind schon gut dabei! Wir haben extrem viele Erfahrungspunkte! Und was möchte der Gast von mir? Der guckt so schmierig! Das Riesenjuw... Juwel! Jeder Gast hat drei Missionen! Und du musst auswählen, welche Missionen du nimmst! Die Missionen unterscheiden sich in Erfahrung, die du bekommst, Goldgewinnen, den du bekommst und natürlich in der Zeit, die du dafür brauchst! Am Anfang des Spiels sind die Zeiten nicht so hoch! Aber das macht es halt so einen perfekten Spiel für nebenbei! Wir haben jetzt Treibsandsuhren, um die Wartezeit zu überspringen! Und was haben wir bekommen? Erz! Nice! So! Und ein neues Item! Das ist richtig gut sogar! Okay, aber das legen wir später an! Stall! Und am Anfang geht es wirklich nur darum, in der Taverne verschiedene Aufträge zu erfüllen! Die anderen Features kommen von Zeit zu Zeit! Das heißt, lasst euch jetzt nicht verwirren durch die große Spanne an Sachen, die man tut! Wenn ihr mit dem Spiel anfangen wollt, konzentriert euch wirklich am Anfang nur auf die wesentlichen Dinge! Das ist das Gasthaus mit dem besoffenen Auftragsgeber, der da drin sitzt! Die Missionen, die man da machen kann und auf die man seinen Helden schicken kann! Und der Rest kommt von Zeit zu Zeit! Wie der Waffenladen! Wie der Zauberladen! Du kannst deinen Helden immer weiter upgraden! Und stärker machen! Und wenn dein Held stark genug ist, kannst du bei der Gilde beitreten! Leute, checkt Shakespeare, fidgett gerne selber aus! Erster Link in der Beschreibung! Ich bedanke mich fürs Zuschauen! Wir sehen uns das nächste Mal wieder! Kommt in meine Gilde! Bis dahin! Bye-bye!